Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom1974, wir sind bei Beam Rider auf dem Mattel Intellivision und ich dachte eigentlich, die Version hätte ich gezeigt, ich habe aber eine andere gezeigt, Beam Rider Klassiker, ja, also wirklich geiles Game, gibt es auf dem Intelli, gibt es auf dem 2600er, die 5200er und die Atari 8-Bit-Version kann ich mich gar nicht erinnern, Coleco hat nicht so unbedingt den besten Ruf bei dieser Version, wobei ich die okay fand, C4N60 und MSX habe ich mit am besten gezockt und die Specky-Version soll, glaube ich, auch nicht schlecht sein, das Ding ist von Activision, Activision hat ja für alle Systeme von damals eigentlich was gemacht und war eigentlich sozusagen das Capcom oder Konami von heute, wenn man so will. So, dann wollen wir mal, jetzt muss ich noch gucken, beim Intelli, wo gleich die Torpedos sind, das wird wahrscheinlich, glaube ich, gleich ganz interessant. Für die zwei Leute, die keine Ahnung haben, was das für ein Game ist, sag ich erstmal, Web, das muss man kennen, also das ist wirklich auf jeder Plattform eigentlich gut, das ist übrigens, ich wollte jetzt sagen, Freileben, nee, ist ein Feind. Wieso tarnst du dich als Freileben, du Feind? Das geht gar nicht. Ihr könnt euch auf diesen Linien bewegen, wenn man so will, ist das so wie, ja, man kann es mit so einer leichter Tätik Aschenbahn vergleichen und auf dieser Bahn könnt ihr euch bewegen. Ihr habt diesen normalen Schuss, die Gegner schießen so, habt ihr, glaube ich, auch gerade schon gesehen, das ist jetzt einmal Freileben. Blüblüb, davon gibt es auch eine Menge, die kann man übrigens auch kaputt machen, das wäre übrigens grundsätzlich doof. Wenn man die Freileben übrigens kaputt macht und dann einsammelt, geht man drauf. Also das ist grundsätzlich doof. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo die Torpedos sind. Erstmal ablenken, okay, da sind die Torpedos und ich treffe trotzdem nicht. Das nennt man übrigens grundsätzlich doof. Geht aber nur um Punkte hier, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Level zurückgesetzt werde oder so. Außer, dass ich mich gerade live blamiert habe. Ich glaube, die Steine kann man mit Torpedos kaputt machen, ist aber uninteressant. Ich witzle da lieber. Die Bahn. Fingt da schon mit Level 2 an, mit dem Stein? Oder ist das hier der Hardcore-Modus? Die Heimcomputer-Versionen hatten übrigens auch eine Möglichkeit, dass man in Levels reinspringen konnte. Ich glaube, bei den Standard-Versionen, also Atari, Intelli und so, gab es das nicht. Warum sammle ich eigentlich den Schuss ein? Ich wollte immer schon mal gut im Schuss sein, was? Das ist doof übrigens, ist man tot. Es gab übrigens auch sowas, das kann ich nicht sagen. Das müssen mir bei Leuten sagen, die die Version kennen. Es soll eine Atari-Version geben. Ich glaube, das kann nur auf dem 2600-Version sein. Die hat dann ab Level 14 war die nicht mehr spielbar. Dann hatte ich den Bug. Wurde tatsächlich ein Patch rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, wann rausgebracht wurde, aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Das muss ich mal irgendwann machen, wenn ich die Atari-Version mal zocke. Was nach Level 14 passiert. Weil, Achtung, jetzt pass auf, der Einzige, der jetzt irgendwie steil gehen wird, wird der Kollege Rimthor sein. Ich konnte das mal. Also gut, ich werde das heute auch noch immer ein bisschen können. Aber es ist auch immer eine gleiche Geschichte. Labern und zocken ist nicht unbedingt gut. Deswegen sind ein paar Sachen, auch wenn ich Let's Compares mache, allein weil ich die jetzt natürlich auch mal ein bisschen ohne Kommentar machen will, wird man immer sehen, dass das besser ist. Weil auch wenn du dich jetzt trotzdem auf das Spiel konzentrierst. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wüsste ich nie, was ich jetzt tue. Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Du willst ja irgendwie die Leute unterhalten. Und dann ist man doch ein paar Sekunden abgelenkt. Und abgesehen davon kann ich das noch immer aufs Alter schieben. Weil ich manche in der Szene sehe, die können es nicht. Gut, wir sehen auch alter aus, aber das hilft ja nicht. So, komm. Ganz wichtig, das sind übrigens Minen. Da ist man auch direkt tot. Dämlich. Vorbeigeschossen. Das war übrigens auch so eine typische Geschichte. Ich gehöre mal zu denen, die rumtricksen. Da müsst ihr eigentlich. Also ihr könnt die Dinger auch kaputt machen mit den Torpedos. Es gibt also Leute, die wirklich diese Rambo-Methode machen. Drei Torpedos abfeuern und das passt meistens eigentlich. Ich spiele natürlich nicht so. Ich bin der filigran Beam Rider Spieler. Vielleicht nicht so sinnvoll. Aber ihr könnt mal, das kann ich. Ach so, ah, habe ich. Ha, der gibt gute Punkte. Also ihr seht, es wird immer abwechslungsreicher. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, dass es hier relativ zeitig zur Sache geht. Weil sonst war das, glaube ich, immer so alle fünf Stages oder so. Ist irgendwas passiert. Deswegen konnte man auch so tierisch weit kommen. So, freileben. So, erst mal raus. Na ja, komm, mach du mal. Ja, ja, das ist toll. Na, komm. Zack, tschüss. Aber trotzdem, dieses Spiel hat absolut Laune. Also, jetzt aber. Ha, ha, ha. Bye-di-bye. So, zack. Und ihr seht, ich habe jetzt schon mehr Leben als ich gestartet bin. So funktioniert der Beam Rider. Ist auch wirklich eins der Activision Games, die gar nicht so einen Kult-Status haben. Na, da ist so, was weiß ich, Decathlon oder River Raid. Das bringt mich gerade auf die Idee, was ich euch gleich noch mal erzählen wollte, bevor ich gleich wieder hier irgendwie abgelenkt wurde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal die Sachen, die ich für eine Let's Compare gemacht habe, mal vielleicht mal ein bisschen länger zeigen kann und soll. Weil, also ich sagte, River Raid ist hier richtig gut. Pac-Man ist richtig gut. Auf dem Intelli. Oh, ist das geil. Ist übrigens von Atari Soft. Also von den gleichen Leuten, die hervorragende 2600er-Version gemacht haben. Das heißt, die hätten es auch besser gekonnt. Die werden wahrscheinlich auch wieder keine Zeit gehabt haben. Ah. Doof. Ach, das war doppelt doof. Das war die andere Version von Doppel-D, nämlich doppelt doof. Ich weiß, jetzt schratt ich in der Doppel-D. Hast du gut verstanden. Ich danke dir. Erhalte uns das Niveau auf dieser Plattform. So. Nein! Ihn! Warum rotze ich nicht mal die drei Torpedos raus? Ich habe doch genug davon. Ich kann die ja nicht mitnehmen. Ich will mit dem Torpedo beerdigt werden. Gut, ich mach bei der Bundeswehr jetzt im aktuellen kein Problem, die gehen ja eh nicht los, aber... Nein! Warum hau ich denn... Das war zum Beispiel richtig bescheuert. Den hätte ich ohne Probleme haben können. Ich schieße kaputt. Also gelb sind die Freileben. Ich weiß nicht, ob es nachher noch irgendwie Fake-Freileben gibt, das weiß ich gar nicht. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Den immer abschießen, der gibt gut Pöntjes. Und ganz wichtig, was ihr im Rauch verachten müsst, nicht hektisch nach links. Einfach mal gucken. Wie in der Verkehrsschule. Und ich meine jetzt wirklich die mit dem Straßenverkehr. Und nicht die mit dem anderen. Für das andere bitte bitte mal ja gucken. Na gucken, wer den Witz noch versteht. So, komm. Also, wir gehen immer dahin. Dämlich! Ich wollte immer sagen, ihr könnt die Minen weglenken. Grundsätzlich funktioniert das. Aber ihr sollt euch nicht 30 mal selber verarschen. So, die Minen sind jetzt auch dabei. Das ist schön. Da kommen aber gleich noch andere Sachen. Da kommen noch Sachen, die gleich die Bahnen wechseln und was weiß ich nicht alles. Also, da macht euch keine Sorgen. Das geht gleich noch weiter. Na komm. Na komm. Ja, das gibt schön Punkte. Die 10.000 will ich ja wohl doch noch erreichen, ne? Weil wir haben ja auch einen gewissen, gewissen Anspruch. So, jetzt sind sie noch 200, das sollen wir wohl schaffen. Na komm, mein Freund, also ihr könnt gerne mal, ne, für die Leute, die mal gern auf Challenges und Community und was weiß ich nicht setzen, den haben wir. Wie heißt es schön, da war die Deckung aber mal richtig katastrophal. Ja, die war gerade irgendwo beim Mittag oder so. Weil das konnte man sehen, wo da ihr Loch ist. Wo der Loch ist. Startseite. Das ist übrigens der falsche Artikel. Habe ich übrigens auch unseren Fehler mal gehabt, ne, wie irgendwo, weil ich irgendwie, der, die das oder so verwechselt, hatte das Ding gleich sofort mehr Aufrufe. Da zieh mir, hä, was? Und nicht, nicht, wie schon irgendwie da unten, oder so wie man da sonst wäre. Ich habe einen Fehler gefunden, äh, wo es voll doof. Ne, aber es hat funktioniert. Also deswegen, YouTube ist, ach, der ist das. Ja, den kann man, glaube ich, auch mit dem Tropeo platt machen. Äh, komm. Stell dich. Na, ich krieg die schon. Wir können natürlich die Gegner auch mit Torpedos erledigen, wobei das wirklich dann Perlen vor die Säue ist. Ja, komm, mach du mal. Da war ich zu weit links. Das kennen viele aus der Politik. Ha! Aber wenn man zu weit links ist, kann man schon wieder rechts überholen. So, damit habe ich mein politisches Kabarett für den heutigen Tag auch abgedeckt. Jetzt aber! So. Da habe ich es jetzt einfach mal riskiert. Und es gibt Leute, die wirklich die ganze Zeit nur mit Torpedos rumrotzen, wie sonst was. Aber ich denke mir, nein. Frieden schaffen ohne Waffen. Aber trotzdem, also dieses Spiel ist auch so... Nein! Nein! Wow! Das war Skill! Okay, anderen nennen es Glück, aber... Das ist echt wirklich ein Ding, das war Laune. Also... Da kann ich echt nur empfehlen, auch noch ein Freileben. Ja, jetzt ist aber hier Weihnachten, oder was? Haha! So, jetzt sind wir noch wieder im Spiel. Schein! Na, komm. Ah, okay, das war doof. Das war too risky. Aber da bin ich schon in Stage 9. Ich glaube, beim letzten Mal... Ich weiß nicht mehr, welches System ich da gemacht habe, aber ich glaube, ich war auch ziemlich weit. Bisch! Ich habe das Gefühl, wenn irgendwie eine... Eine innere Stimme dir so heftig in den Hintern tritt, dass es alles wehtut. Das war das gerade. Das war richtig, geht ja gut. Also hier Highscore-Challenge, ne? Auch gerne... Wer hier... Nein! Ich habe es nicht eingesammelt und ich gehe da noch drauf. Ich bin nur so verscheuert. Das hört sich immer, wenn ich das so sage, hört es jetzt an und denke ich... Ah, da ist er! Der Blaue. Ich glaube, der blockiert das permanent, ne? Ach, der geht weg. Okay, das war nicht mehr permanent, aber auf jeden Fall ist das erstmal geblockt. Das heißt, möglichst abschließen, weil der nervt. Weil ihr blockiert euch dann auf jeden Fall. Wobei der hier gar nicht so wahnsinnig gefährlich ist, weil der schnell wieder weg ist. Ich weiß aber nicht, ob sich das... Meine Güte. Meine Güte. Das ist ja Herzinfarkt-Gefahr. Oh, danke. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare, wie man diese Aktion nennt. Da steht auch mal bei diesem tollen Sein, Epic Fail. Ja. Das war es jetzt auch. Oh, die schönsten Fail-Videos. Da gibt es ja auch eigene ganze Kanäle für, die nur zeigen, wie schlecht sie sind. Und die sind auch im sechsstelligen Bereich, natürlich. Weil Qualität setzt sich bei YouTube durch. Ich weiß jetzt lachen, wenn alle die Videos machen. Oh. Das ist vielleicht gar nicht geliebt. Freileben. Danke. So. Jetzt. Yes. Yes. Das war keine schlechte Runde. Sektor 11, okay. Mal gucken, was uns Sektor 12 bringt. Oh. Zack. Ah. Erstmal gehen wir tot. Was grundsätzlich doof ist. Um das nochmal kurz zu... Gekapitu... Nian, was bist du denn? Achso, das ist der, der in letzter Sekunde die Bahn wechselt. Jetzt wird mir das aber ein bisschen hier zu unübersichtlich, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche Freileben. Ich brauche Freileben. Ich brauche Freileben. Ich brauche Freileben. Also nicht, äh... Freile... Okay, das war wie gewonnen, so zerrollen. Aber immerhin bin ich doch im, äh... Spiel. Oh, Arsch. Das war unfair. Ich hätte das Freileben haben müssen. Ja, das war's. Na egal. 19.280 hier beim Beamrider auf dem Mantell Intellivision. Geiles, geiles Game. Holen. Also, überhaupt keine Diskussion. Das Ding müsst ihr in eurer Sammlung haben. Egal welches System. Geile, geile Scheiße. Ich bin euer MrWenom1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und... Wir sehen uns dann bald wieder. Und wer will, kann wieder raten, was ich als nächstes übernimmt aufnehme. Ich bleibe beim Interli. Das sage ich schon mal. Bis dann. Tschüss.